Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch einmal mein Tekko Prime Build zeigen und wir legen einmal los. Dieser Build benötigt 0 Forma und sieht folgendermaßen aus. Als Stands haben wir Seismic Palm drin, da könntet ihr auch eine Alternative nehmen, aber ich würde euch die empfehlen. Dann haben wir plus 60% Electricity, plus 60% Status Chance, plus 60% Toxin, plus 60% Status Chance, wodurch wir Corrosive Damage kriegen. Dann haben wir plus 90% Critical Damage, plus 10 Sekunden Kombo Dauer, plus 40% Status Chance. Dann haben wir Berserker mit plus 30% Attack Speed. Maximal ist es stapelbar auf 75% für jeden Crit, den wir machen und das dann jeweils für 24 Sekunden. Dann haben wir Blood Rush mit plus 165% Crit Chance. Umso höher unser Kombo Multiplayer ist, desto höher ist auch die Crit Chance dann am Ende. Dann haben wir Condition Overload mit plus 60% Milli Damage für jeden Status Effekt, der auf dem Gegner drauf ist. Und zu guter Letzt plus 165% Milli Damage, wodurch wir auf Stats kommen von einer Crit Chance von 30%. Wobei der Wert jetzt nicht viel aussagt, da wir ja Blood Rush mit drin haben und der den um einiges verändert. Ein Crit Multiplayer von 4,6 mit einem Statuswert von 67,6 und Corrosive Damage von 177,6. Das Ganze gucken wir uns natürlich wieder bei Level 100 Gegnern an. Das Problem dabei ist, es könnte schwierig werden, dass wir sozusagen die Gegner treffen, denn die Waffe hat natürlich an sich, dass die Gegner sehr schnell weggeschleudert werden. Aber wir versuchen es mal hinzubekommen. Der erste müsste schon down sein. Der ist auch down. Der erste ist noch nicht down, der ist nur zur Seite weg. Da ist er down. Also nichts Weltbewegendes. Wir versuchen die. Ich hoffe, sie werden nicht zu weit weggeschleudert. Aber das sieht ganz gut aus. Müssen wir nur gucken, dass wir sie auch noch erwischen. Aber ich glaube, man erkennt schon, wie stark die Waffe ist und dass Level 100 Gegner auch kein großes Problem darstellen. Ja, das war schon der Bild. So im Ganzen, wie immer, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Bild haltet, wie euer Bild aussieht. Und ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also bis dann erstmal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!